Ich bin der Roman Horvath, Weingutsleiter bei der Domäne Wachau seit 15 Jahren und es werden mindestens noch mal 15 Jahre. Hallo, mein Name ist Heinz Frischengruber, Kellermeister der Domäne Wachau. Die Wachau zählt zu den spannendsten Weinregionen dieser Welt und hat fantastische Rieden wie die Achleiten oder den Tausendeimerberg in Spitz. In unseren wunderschönen Weingärten, geprägt von Biodiversität, arbeiten wir mit 250 Kleinstwinzern, Winzerfamilien zusammen. Sehr, sehr nachhaltig, zunehmend auf Biobewirtschaftung und neben Grünmitglin und Riesling ist uns auch ein kleines Sortiment, ein kleines feines Sortiment mit Backstage-Weinen, ganz, ganz wichtig. Das Besondere an den Backstage-Weinen ist ihre Individualität. Es ergibt sehr, sehr charaktervolle, einzigartige Weine und natürlich in alternativen Gebinden ausgebaut, wie im Marmorfass, in Granitfässern, in Amphoren und in Betoneiern.